Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradewohler und heute würde ich Ihnen gerne ein ganz besonderes Webinar ans Herz legen und zwar CFD-Handel. Da in letzter Zeit sehr viele Anfragen zum CFD-Handel gekommen sind, haben wir uns entschieden, hier am Dienstag, den 20. Oktober, 17 Uhr, ein Webinar für den CFD-Handel und alle riesigen Vor- und Nachteile. Was ist zu beachten? Was sind die Handelszeiten? Wie berechnet sich die Margin? Also all diese Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie mit dem CFD-Handel starten, Ihnen etwas näher zu bringen. Wir haben auch ein kleines Präsent. Für alle, die sich anmelden, wird es dann eine Sonderaktion, einen Sonderrabatt geben. Das heißt, alle Teilnehmer werden dann noch ein kleines Präsent im Anschluss erhalten und die Anmeldung können Sie im Endeffekt direkt über unsere Webseite, tradewohler.com. Nicht wundern, die wird sich in den nächsten Tagen noch etwas ändern, aber wenn Sie in TradeStation Global Support reingehen und dort nach unten scrollen, finden Sie alle Termine, wo Sie sich dann auch direkt anmelden können für den CFD-Handel am Dienstag, den 20. Oktober. Und ansonsten können Sie sich natürlich hier auch direkt über die Webseite von TradeStation anmelden. Dort finden Sie auch alle Termine und können natürlich dort genauso die Anmeldung durchführen, dass Sie hier genau auch im Prinzip immer auf dem aktuellen Stand sind. Und wenn sonst noch Fragen hier offen sind, können Sie sich gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite an uns wenden. Vielen Dank.